Heute wollen wir Ipanema Beach erkunden. Wir bestellen uns ein Uber und los geht's! Es sieht von Weitem schon ziemlich schön aus, oder? Die Palmen, das Meer, der blaue Himmel. Viele sportliche Aktivitäten hier. Fahrradfahren, Rollerfahren, Joggen. Das Meer sieht von Weitem schon schön aus, oder? Jetzt wandern wir hier mal über die Felsen. Ach, hier verkauft einer kalte Getränke. Ja gut, eine einsame Bucht ist hier wohl nicht zu finden. Immer viele Leute unterwegs. Oh, hier riecht es etwas nach Fisch. Aber es ist schon echt heiß hier. Die Menschen mit den Rollern und den grillgrünen T-Shirts hier, das sind Polizisten. Die nehmen jetzt den jungen Mann mit dem grauen T-Shirt mit. Das ist das erste Mal, dass ich hier in Brasilien Polizei in Ausübung ihrer Dunsten sehe. Gut, abgesehen von den Sirenen, die man immer mal auf der Straße hört. Aber das gibt es ja bei uns auch. Oh, heute sind schöne Wellen. Musik Also ich finde es schön hier. Also die Häuser und die Skyline, die erinnern mich ein bisschen an Tel Aviv. In Tel Aviv stehen auch so viele Gebäude und Hotels direkt am Strand. Wenn ihr mehr Videos von Rio sehen wollt, könnt ihr direkt hier auf dem Berg meinen Kanal abonnieren. Tschüss, wir sind großartig, wenn ihr mal wieder abonntet habt. Vielen Dank.